Technische Gebäudeausrüstung, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Gebäudeautomation oder erneuerbare Energien. Wir sind im Herzen von Hamburg für Sie da. Unser Team an selbstständigen und qualifizierten Planern steht Ihnen gerne zur Seite. Wir planen alles in 3D, um die höchstmögliche Qualität für Sie zu gewährleisten. Begehen Sie Ihr Gebäude schon vor Baubeginn. Wissen Sie immer, wie viel Ihr Projekt kosten wird und welche Vorteile und Nachteile technische Anlagen bieten. Wir informieren Sie über gesetzliche Grundlagen, Fördermöglichkeiten und übernehmen die Genehmigungen für Sie. Wir dimensionieren und simulieren Ihr Gebäude mit den lokalen Klimadaten, um das bestmögliche Ergebnis für Sie rauszuholen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter www.green-energy-scout.de